Während das eine Video, das ich dann gleich als nächstes hochlade, noch rendert, habe ich mir gedacht, ich kann hier gerade noch ein Antwort-Video auf ein Antwort auf mein Antwort-Video zu ein Antwort-Video von Bianca auf mein Video, da mein Antwort-Video war zu, was weiß ich noch, Rubin, und hier schreibt Xperia1 User auf YouTube als Kommentar zu meinem Video Vergebung vergessen, ich lese einen relevanten Teil vor, ich bin voll damit einverstanden, mit dem, was ich mitbekommen habe, in diesem Video, sie schreibt vorher, dass sie nur bis Minute 7 gucken konnte, habe auch das Video von Bianca gesehen, dann noch dein Video, weswegen Bianca geantwortet hat, es gibt Menschen, die keine Reue empfinden können, wie stehst du, also ich, zu den psychopathischen Mitmenschen in unserer Gesellschaft, sollte man ihnen auch vergeben, da sie vielleicht so geboren wurden, ist mir ein Anliegen das Thema, ja, ist mir auch ein Anliegen, vor allen Dingen, weil kaum eine irgendwie mal andere Gedanken im Kopf hatte, wie man mit Psychopathen oder anderen unangenehmen Zeitgenossen umgehen kann. Ich habe das früher genauso gedacht und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass sich daran einfach nur meine eigene Angst vor diesen Menschen spiegelt, beziehungsweise eigentlich nicht mal, sondern dass diese Menschen mich erinnern an das, wozu ich eigentlich fähig bin. Und wenn ich mir angucke, was für Erinnerungen in mir mittlerweile auch wieder aktiviert worden sind, die aus anderen Inkarnationen kommen, weiß ich, zu was ich fähig bin. Und was das angeht, kann sich, glaube ich, keiner so ganz davon lossprechen, frei von Schuld zu sein, im Sinne der Anklage, ein Psychopath zu sein. Diese ganze Gesellschaft hier ist ein Psychopath. Ja, also das Psychopathischste, was ich mir vorstellen kann, ist, wie man an dem Ast sägen kann, auf dem man sitzt, aber das ist das, was sie dem Kollektiv bisher getan haben. Und ich kann mir versichern, dass niemand wirklich als Psychopath geboren wurde, sondern vielmehr geboren wurde, um das Leben eines Psychopathen zu erfahren. Dadurch anderen, die zum Beispiel Opferrollen noch erleben wollten, die Möglichkeit geben, diese zu erleben. Ich weiß, das will man gerade gar nicht hören. Aber es ist so. Auch die Seelen von kleinen Mädchen, die im Wald so Hackstücke gefunden werden, haben sich das vorher ausgesucht. Und es ist okay mit dem Universum. Und es ist im Interesse des Universums, dass sowas passiert. Sonst müsste man auch gar nicht, worüber wir gerade reden, wenn die Erfahrungen nie gemacht hätten werden können. Und es ist halt so, dass wir tatsächlich als Seelen in Liebe uns die grausamsten Dinge antun. Unbewusst, natürlich. Weil wenn es bewusst wäre, wäre das Grausame nicht da. Und dadurch, dass mir das halt auch in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist, hat das halt auch das Grausame sehr verloren. Deswegen rede ich da gerade vielleicht ein wenig, scheinbar ein wenig kaltherzig drüber. Das ist aber überhaupt gar nicht. Ich meine das wirklich sehr liebevoll. Und Psychopathen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal irgendwann die Definition eines Psychopathen gelesen und habe mich in jedem Punkt wiedergefunden. Bis auf in dem einen, der gar nicht aufgeführt war. Ich bin für niemanden eine Gefahr. Jeder für mich. Noch für irgendjemand anderen. Und trotzdem trifft die Durchschreibung eines Psychopathen vollständig auf mich zu. Bis auf halt eben, dass ich nicht mehr schlafe. Weil das ist was, was in der Definition eines Psychopathen unter Schläfern nicht berücksichtigt wurde. Ja, die Autoren dieser Definition waren ja selber noch Schläfer. Wie sollte man also mit ihm umgehen und sollte man ihm vergeben, also für mein eigenes Seelenheil habe ich sehr sinnig gefunden, jedem zu vergeben und zu schauen, dass ich für jedwede Situation, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, aber auf jeden Fall Verständnis aufbringen kann. Verständnis in der Form, dass es meinem Geist reicht, wenn ich sage, es gibt einen Grund dafür. Wir brauchen den nicht zu kennen. Das ist gut sein. Und das ist das, was halt eben gerade im Moment genau der Punkt ist. Ich erinnere an den Mann aus Nazareth, meinen Bruder, Jesus. Jesus von Nazareth. Der andere Jesus. Der nicht nur gesagt hat, nehmt euch der Armen an und der Aussätzigen und derer, die geachtet sind, äh, die, die verachtet sind, geächtet. Er hat das nicht nur gesagt, er hat das auch gemacht. Er hat in einem Land, in dem jeder auf Samariter spuckte, einen umarmt. Er hat einer Prostituierten die Füße gewaschen. Und ich möchte diesem Beispiel ihm folgen. Ich möchte nicht weiter auf jemanden spucken. Sondern wenn ich mit einem solchen Psychopathen zu tun habe, und es lässt sich auch nicht verhindern, dann ist das Beste, was ich tun kann, ihm meine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Und zwar nicht in dem Punkt, dass ich ihm irgendwas will, sondern dass ich ihn verstehen will. Dass ich verstehen kann, wie es zu den Dingen gekommen ist, die dieser Psychopath getan hat, wodurch ich ihn überhaupt erst zum Psychopathen abgestempelt habe. Und da sind wir genau bei dem Knackpunkt. Es gibt keinen Psychopathen, der nicht von anderen dazu gemacht wird. Es gibt auch keine behinderten Menschen. Es gibt nur Menschen, die sehr behindert werden von anderen Leuten, die sagen, ich kann mit dir nichts anfangen, weil du ein Krüppel bist. Und in dem Moment, wo ich dann jemand anders einen Behinderten nenne, behindere ich mich eigentlich selber, weil ich auf diese Weise natürlich dieser Person keinen Nutzen abgewinnen kann. Also ist eigentlich nicht der Behindert, den ich Behindert nenne, sondern ich. Genauso ist eigentlich nicht der der Psychopath, den wir als Psychopathen bezeichnen, sondern in dem Moment sind wir selber der Psychopath, der aus Angst einen anderen Menschen abstempelt und ihm grausamste Dinge antut. Ächtung ist was Grausames. Und ich darf daran erinnern, dass jeder Täter immer, immer vorher erstmal lang genug Opfer gewesen sein muss, um überhaupt zu einem Täter werden zu können. Wenn wir uns jetzt einen Psychopathen angucken, sehen wir nur den einen Teil. Wir sehen nicht, was dazu geführt hat. Wenn ich einen Menschen vor mir sehe, wo ich sage, okay, du könntest mal ein bisschen Führung gebrauchen, einen Händchenhalter, um über den Weg, über den wir gerade gehen, rüber zu kommen, ohne dass du dabei Schaden anrichtest, weder dir noch jemand anderem. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Liebe Expiri 1, oder wieso gehe ich ja eigentlich davon aus, dass das eine Frau ist? Entschuldigung. Aus irgendeinem Grund hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht warum. Also, sorry. Es, Liebes Es, Expiri 1, wir wissen nicht genau, ob du mein Name oder Weitlein bist, du nennst meine Brüder und Schwestern und Psychopathen, obwohl du sie gar nicht kennst, obwohl du gar keine Ahnung hast, wie sie zu dem geworden sind, was du da gerade überhaupt greifen kannst und mit irgendeinem Namen beschmeißt. Geht es dir noch gut? Warum tust du das? Ist nur ein Beispiel, ist nur eine Sichtweise, die aber definitiv erklärt oder zeigt, dass man gewisse Dinge auch einfach anders ansehen kann. Und es ist mir ein Anliegen, und deswegen mache ich dieses Video gerade, dass darüber auch einfach mal ein bisschen offener und lauter gedacht wird. Und ich möchte daran erinnern, dass das, was ich hier gerade sage, einfach kein Wissen ist, nichts in Stein gemeißelt, sondern einfach meine jetzige Sichtweise. So wie jedes einzelne Video von mir auf meinem Kanal immer die jeweilige aktuelle Sichtweise wiedergibt und ich die Videos gemacht habe, weil ich lange schon kapiert hatte, wie sinnig das für mich selber ist, meine Gedanken mal festzuhalten. Auf die Weise habe ich da keinen Zugriff drauf. Ich brauche nie wieder Angst zu haben, irgendwas zu vergessen, was für mich wichtig ist. Das meiste davon ist alles in den Videos drin. Alle gemacht aus einem inneren Impuls heraus, wie der damals zwischendurch aussah, spielt eine große Rolle. Heute bin ich einfach dankbar, dass ich meine Gedanken immer wieder einfach mal anhören kann. Mir auch anhören kann, wie ich vor einer Weile gedacht habe. Und so ist auch das hier ein durchlaufender Post. All das, was in diesem Video gerade gesagt wird, wird irgendwann überhaupt da keine Relevanz mehr haben oder aufgehört haben werden, zu urteilen. Weil durch Videos wie diese hier es gerade durchlöst. Nicht nur durch diese Videos, aber die sind halt ein Teil davon. Im größten Teil macht es aus, dass wir tatsächlich anfangen, offen zu denken und mit den Menschen über das zu sprechen, was uns wirklich bewegt. Und nicht mehr über die Themen, die durch die Medien vorgegeben werden. Ja, ich bedanke mich und hallo Öfer und sag einfach, bis zum nächsten Mal.